Was haben wir denn hier? Lass mich raten. Da vorne ist ein Gegner. Hier haben wir Gehirne. Hier haben wir Geld. Ach, das war vor uns der Raum hier drüben. Okay. Versteckte Räume? Nicht. Und, äh, wo komme ich da lang? Ja, wenn die sich dort mal verziehen würden... Ach komm, ich will wissen, ob es da ist. So, Drachnredaun, Schakale. So, und schloss den Eierstaun. Ach so, der wird zwei, ja. Fühlt die Kraft des Eis! Gut, Schaden eins. So, dann Liete. Macht ihr einen roten Schreck, wenn wir brauchen Stufe 18 mit dem Stab, um die nächste Attacke, Spezialattacke zu lernen. So. So. Hier geht's! Ha! Leider ist es keine Flächenattacke. Darum ist es zu schön gewesen. So. Rotes Schwert. Auf. Was will der machen? Giftsperr. Ne. Weiß ich. So, Fena, ähm, tja, wie immer, Diastau. Oh, Power of Eis! Ähm, bin ich eigentlich immer noch bei der ersten Stufe bei Rep oder schon die zweite? Also, Stufe 18 oder Stufe 17. Na gut, bin ich Stufe 18, weil ich schon fertig war. Mal sehen. Kann ich ja nach dem Kampf mal kurz nachgucken. Ich will dich mit einem Stab. Ah. Ah. So. Schmerzstufe erhöht. Sehr schön. Ah. Chasten macht natürlich wieder Diastau. Ah. 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 Ja. Dann haben wir hier auch wieder Schaden gemacht. Wie die Hölle? Dann haben wir zwei sogar getötet. Roter Schreck noch mal mit Liete. Dann werden die SP auch schon wieder alle. Zur Not macht ein Rap noch Todesschwert hinterher. Dann ist er auf jeden Fall tot. Hier geht's! Ich töte dich mit einem Blut! Oh, die Kraft von Eis! Ich hasse diese Gegner... Die halten aber auch was aus. Ist doch schon richtig ekelhaft. So, ein Zap dürfte hoffentlich reichen. Suffere die Verpflichtung des Heavens! Komm schon, stirb endlich! Yay! Gut! Jetzt haben wir wieder einen Gegner besiegt! Juhu! So, wieder genug Erfahrungspunkte. Leider keine Samen von den Drachenrittern. Obwohl die eigentlich immer was droppen sollen. Ey! Ey! Ich will da hin! Da kommen wir bestimmt bloß von außen dran. Okay, das heißt ich... Doch! Außenrum laufen! Hau ab! Hau bloß ab! Hä? Hallo! Hä? Ah, da ist was. Okay. Was haben wir hier? Geld. Ist sonst irgendwas? Versteckten Raum? Oder irgendetwas? Nö! Versteckten... Versteckten sich nichts weiter? Ist ja enttäuschend! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Nichts, nichts. Hier war ja auch nichts. Gut, dann müssen wir doch in eine andere Türe. Schade. Okay, dann raus aus der roten Türe. So, dann hier links und nochmal schnell zum Speicherpunkt. Mana aufladen. So, ja, ich weiß, es ist ein bisschen nervig, aber ja, ich kann nichts dafür. Ist halt Mana, lasst sich da die Kämpfe hier und lasst mich bloß in Ruhe. Ich habe gerade sowas von gar keinen Nerv gegen euch die ganze Zeit zu kämpfen. Und mir juckt die Nase. Hmm, angenehm. Okay, äh... Gegner, haut ab. Nein, 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 gut. Türkisfarbene Türe. Okay, was haben wir denn hier? Keinen versteckten Gang, keinen versteckten Gang. Wieder so eine komische Skulptur am Anfang. Und, Gegner? Komm, irgendwo. Nicht? Hui, doch. Und da sind sie auch schon gewesen. Yay, Gegner. Oh, noch einen Hinterhalt. Na, danke. Ach, naja. Ein bisschen Schade kann ich einstecken. Ich habe ja Elite, die kann ein bisschen Wasser in Erfahrung brauchen. So, dann machen wir erstmal einen Diastop. Ah, fühle die Macht des Eis. Oh, Windstuf erhöht. Wäre schön, wenn es bei Fainland so schnell gehen würde. Na gut, probieren wir es einfach mal aus. Die Erstaub. Oh, die Macht des Eis. So, Rap. Das, was am besten kann. Todesschwert. 300, 344, 300 ist man falsch. Mach mal auf den. Der ist zuvier. Ich töte dich mit einem Blut. Ähm, Scram. Yeah. Gut, Gliede. Rote Schreck auf... Ja, machen wir mal den. Wohl, der da vorne will bestimmt Lehm oder Gift schwer machen. Muss ich aufpassen auf den. Gut. Justin, dir Stau. Hier geht's! Ha! So, Fena natürlich wegt dasselbe. Da hat er Stau. Oh, Power of Ice! So. Bam! 100, noch was schaden. Und Rap, äh... Ja, tu mal wieder was für deine... Feuermarkie. 100 Millionen Grad! Take that! Ja, ha! Feuer ist sehr effektiv. Na ja, machen wir mal... Äh, ja. Wer hat's gedacht? Dier Staub! Yay! Wann haben wir denn das das letzte Mal eingesetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, sterb doch einfach. Gut, dann halt mal Liete mit Dier Staub. Und Fena, ähm... Ha. Ja, Stau. Aber ich denke, dass von... Ja, von Fena dürfte reichen, nicht von Liete. Warum auch. So. Perfekt. Hm... 74 Wind und Wasser. Okay. Gelten. Was heißt hier nur? Ich meine, ich bin darüber froh. Mehr oder weniger. Was ist das? Äh... Ja, nee. Ist klar. Wäre schön, wenn es hier solche Texte gäbe, wo er dann steht. Ja, da steht und das und das drauf. Lass mich raten. Irgendein Rubin. Juwel. Äh... Ruheorb macht... Was? Äh... Äh... Geh... Stand weglegen. Pff, Ruheorb. Braucht denn sowas? Gut. Dann halt nach links. Hm... Da sind Gegner. Da will ich natürlich nicht rein. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Da ist eine Kiste. Da will ich ja natürlich unbedingt rein. So, da haben wir... Eine mystische Maske. Nehmen wir einfach mal mit. Ich meine, die Items hier drinnen dürften ja nicht so schlecht sein. Und er macht genau... Was? Der ist auf jeden Fall schlechter. Verlangsamen... Äh... IP Wert. Okay. Ah, ich nehme einfach mal. Kann ja nicht so schlecht sein. Äh, aber das macht nichts besser und... Na gut, lassen wir alles andere so. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die letzte und vierte Türe. Und ich würde sagen, bevor ich aber zu der Türe gehe, mache ich eine kurze Pause, renne zum Speicherpunkt, komme wieder zurück und freue mich, dass ihr dann wieder da seid. Also, die Kamera. Bis gleich und wir sehen uns dann vor der nächsten Türe. Hi, da bin ich wieder und ja, äh, ja, mein Kontroller funktioniert nicht. Juhu. Ja, und zwar wurde ich gerade zur letzten vierten Türe und habe gesehen, hier ist ja was. Und dass ich euch das nicht vorenthalten will, gucken wir zusammen. Es ist ein blauer Drang, macht 20 Zauberpunkte, alle Stufen, werden wir auf jeden Fall brauchen. Ich habe gehört, oder, habe ja schon mal gel... Ah, nein, ich renne direkt rein. Ja, gut. Ich habe nämlich gelesen, dass, äh, in den letzten vier Etagen jeweils mal ein Endgegner sein soll. Und ich denke, da werden wir auch einiges brauchen. Und ich schneide den Kampf jetzt einfach raus. Ich meine, das ist ja auch euch, auch langweilig. Also, bis... So, da bin ich wieder und ja, hier habe ich meinen Kontroller. Gut, jetzt, äh, jo, und gehen wir in die letzte Türe, die graue Türe. Erst waren wir in der roten, nee, in der blauen, dann in der roten, dann in der türkischen und jetzt haben wir die graue Tür erreicht. Weh, ich muss jetzt noch irgendwas machen, werde ich stinksauer. Ne, gut, es öffnet sich. Euer Glück, Jungs, euer Glück. Und, hey, sieht aus, als hätten wir pünktlich um die... Den ersten Stock erreicht. So, die erste Etage hier. Und, ja, was geht hier ab? Hm, gut.